Hey Kitties, wie ihr wisst, unsere Hallen sind leider zu. Nichtsdestotrotz schaffen wir es zu Hause, irgendeine Kleinigkeit zu machen. Deswegen starten wir heute mal für die ganz Kleinen mit dem Luftballon. Und zwar fangen wir mal an, den Ballon fünfmal mit einer Hand hoch zu halten. Drei, vier und fünf. Und dann wechseln wir die Hand und nehmen die andere. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt im Wechsel die Hände. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt wird es ganz schwer, jetzt machen wir mit dem Kopf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt im Wechsel Hand, Hand, Kopf. Wieder Hand, Hand, Kopf. Und das war schon die erste Mal.